Sohn Hallo Leute, hier sind wir wieder mit einem Dual-Live-Kommentary in NW2 auf Strike in Team Deathmatch mit dem Puma so Hallo, sag mal hallo Hallo Ja, diesmal auf Strike, wie gesagt und ja, diesmal noch in 27p also der ist in-game da ja, und ich versuche jetzt mal ob es klappt, wenn nicht muss ich die nächste Runde runterstellen Spieleinrichtung Tag noch an Oh, es geht schon los Ah, das ist nämlich eine Klosche denn ich nehme ach, wie so nicht Ist das nicht die Map aus NW1? Ja Boah, cool, dann kenne ich die ja Gieß lang, da, ist das hier irgendwo, hallo ich bin's doch nicht, irgendwie kenne ich die geil hier ach so, da hey, ich geh einfach mal hier irgendwie irgendwie dank, ne na ja, das ist der Kill Abo Abo Abo, was ist das ist sie ach, sie leee a 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 Fick dich! Fick dich! Haftbefehl! Jo! So, dann nehm ich doch mal eine andere Waffe. Ich nehm mal die! Oh, ja, ich mach' die auf Noob, ey! Das könnt' die mir mal am Arsch kacken! Guck mal, der war wieder! Au, au, wo bin ich? Ey, der hat eben voll auf mich drauf gelackt! Da, 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 da! Auf meine Grenade, die rüber! Oh, yeah, oh, yeah! Ganz toll, der Klaus! Oh, da ist einer! Oh, yeah, oh, yeah! Ich bin schon noch blind ist cool! Störer, aha! Oh, nein! Oh, das ist doch nicht euer Ernst! Oh, ne! Alter, diese Klinz-Spacken! Jetzt aufs Maul! Wir hören uns so! Kriege erstmal hier die Barrett-Kaliber-Zock ab und dann noch geblendet, ey! Boah! Boah! Ich treff' ihn nicht! Klub's ja nicht! Da! Oh, yeah! Das war der Bitch-Left! Oh, oh! Da mir einer der RPG! Ganz genau! Freificher-Aufklärungsdrohle gesichtet! Ja, das war die Aufklärung! Ich dreulich! Dann reicht' mich wieder! Wie so ein Josias-Weiber von hinten! Oh, oh my, Milils! So, die Aufklärung von hinten! Es will so zum Kerten oder was? Oh, nein, falsche Tasse! Oh, nein, falsche Tasse! So, ich geh mal in das Häusel. Hmmmm, ist da irgendwo einer? Ne, doch, da war einer. Boah ey, was ist das für ein Horst? Für ein Horst. So ein Opa Horst, ey. Ey, wir Fahrstuhl fahren, hallo. Boah, hast du zwei mal den Nächsten verloren. Da muss doch einer sein. Achtung! Nein! Nein, 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 nein. So geht das nicht. Damn, Junge! Der Feuer blockiert unser Radar in das Magazin. Nein, der Feuer blockiert unser Radar. Wir werden alle sterben. Boah, im Ernst. Boah, und da war einer. Seh ich nicht. Ja, ich hab den Schniedel, den Schniedel gekillt. Geschniedelt? Ich hab den Schniedel. Uiuiui. Bedeutigkeiten. Warte mir. Soll ich denn jetzt sekel? Oh, egal. Oh, egal. Schrecklich nicht, ey. Schrecklich nicht, ey. Oh, boah, 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 boah. Oh, ist das ein cooler Sniper! Mit ner AA-12 und Magazinerweiterung, ey. Der hat so viel Skill. Wie der Bockwurst auf Droge. Oh, mann. 5 zu 5, ey. Das war eigentlich gar nicht so schlecht für mich. Leg ich hin. Boah, 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 boah. Genau. Boah, krass. Waffe wechseln. Eins. Jetzt. Okay, das bringt auch nichts. Ja, da weiß ich auch nicht mehr weiter. Oh. Der f... Boah, ey. Der mit seinem Gehirn... Schade. Ja, krass, ey. Ich hab ihn gebummt. Ja, ich hab mich voll gefehlt, oder was? 6 zu 6. Ich hab ihn nicht klaut. Das war. Ich hab ihn ausgeborgt. Ich bin hier ausredet. Ich bin schwer verreckt. Ich hab... Ich hab... Ich hab... Minator kann ich gar nicht ab. ... Achtung. Feindliche Vorrede. Aufklärungstrohne online. Achtung. Feindliche Vorrede. die zehn Jahre ein nachher wie er das Haus haben und jetzt nicht in den vor Ort 3 auf 1 3 das geht es hier ich hab nun da wird er bekommen das bin ich ganz traurig doch gut oder nicht ja aber es hätte besser sein können man muss immer so denken nur drei Mobs untereinander es hätte besser sein können ja es geht ja so trau ich mich jetzt geht es hier alles oder nichts in diesem Fall nichts überhaupt das Wort dort also Alter in diesem Ton Fräulein naja ich meine ich auch ja wo es ist denn das ist hier ein Schleswig sie lecken ihn mit mich doch mal Predator oder klar ich leite ihn und er schießt mich der AXL jetzt lasse ich einen Predator los Verbündete Predator-Akete-Anflug WTF? Danke, der hat mich gerettet, Player Da hinten war einer TOD! Du bist tot, Alter Hattuckuuu! You won a model Oho Man sind ganz schön freie Flecke Weil es gibt's auch Maul! Haftbefehl So, der muss daraus Ich war nicht so dämlich Kann ich nur zustimmen Kann ich nur zustimmen Fick, ne, ne Nee, ich hab den doch gebumst, ey Oh, noch zwei Kills dann kommt Hat da grad einer so'n Dings gehabt? Hat der gerade einen Notfallabwurf? Oh, da, da zieht er mich wieder Da zieht er mich weg Ich kaufe nix Mann, ne Können auch nicht hören Sieg! Witz Zwerg Loll Noll Ja, 99 Colonel One Andi, sie, hund, tausend Gegner Oho,哦, oh, 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 oh Gott, oh, 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 oh... Trailerpacken mag ich, obwohl ich davor schlecht bin, ja. Abschlusssäure Belohnung, eine Freischaltung. Ich nehme den Kampus, nee. Die Artie oder grüßig. Touch me by my name. Oh yeah. Wieso ist dein letztes Gefecht? Achso, das war ein Ruin-Rust-Shit-Gang. So. Feger-Fertigkeit. Oh, nee. Nee, Alter. Oh, Junge. Felderpacken so gut dummer, nicht zwei Seiten. Spon, spopp. Oh, scheiße, ist mir auswendig draufgekommen, und es tut mir leid. Oh, okay. Oh, Gott. Oh, Gott. Oh, Gott. Oh, Gott. Oh, Gott. Drei, zwei, eins. Oh, kacke, Mann! Alter, Kara... Oh, nee. Ist doch nicht er im Ernst jetzt hier, oder was? Das ist voll die Behinderten-Map. Oh, nee, Karachi, ist er dumm. Ja, hab ich schon gesagt. Na, da nimm ich meine vier. Dann nimm ich, was nimmst du? M4 A1. Moin, M4. Yo. Ich nehm da... Was nehm ich denn da? Hm. Also, die Farmas hat wenig Sinn. Ähm, denn nehm ich... Soll ich die AK nehmen? Nein, was... Oh, was ich jetzt auch... Oh, puh, 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 puh. Oh, ich have the right. Deine Macke oder so, ey. Schneeleg. Bande den Löcher ein. Wie ist er bei uns? Ja, leider. Die kleine Pussy. Baby. Trichshort in your head. Die Kohle kann draußen bleiben. Ey, ich hab den gesehen, im Augenwinkel. Blick. Ja, was am ich zuerst gesehen hast... Oh, da, 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 da. Prozent 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 von Hinten zu sehen oder in der Schmuckung mein Arsch die Klamotten die Tat bei mir und ich war trotzdem geklärt Tja kann man es machen es gibt doch nichts über deutsche Werte ab mit dem Markt noch ist das ein Penner zu tuner Leiter hochzugehen du mein Zug hierher und ich komme zu dir ich bin eine kleine Camper Camper ja wenn ich jetzt wüsste er wird mit der Abmeld ein Junge das war so episch das war so die Wüste im Wurz ab 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 ich hätte ihn getroffen wenn ich getroffen hätte ich auf jeden Fall jetzt klarer Klobenschein auch mein Gott aber das war schon richtig knapp 30 Uhr Fruitspust genutzt es macht sich wollen ja den Tumor auf Köln oder es kämpfen Kettchen kämpf ich mir jetzt sehen Was geht denn mit dem? Wo ist der? Wo ist der? Der Kacke genommen oder was, ey? Mann! Lobet ja wohl nicht hier. Komm gleich mal rüber hier. Ich weiß, wo denn ein Haus schläft. Ja, Häuser schlafen. Boah, der Oma ist so ein Pussy, ey. Ja, Kletter, wichs nicht! Krieg, 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 ja, nein, krieg, krieg. Och, so ne Scheiße, ey. Soll ich letzt Gefechterin, ey, ist, ey, schmerzendlich, oiga. Ey, lol. G, 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 ne. Ist klar, der mit der RPG, der, der schießt mich mit drei Schüssen. Der ist total overpowered oder, weil der hängt. Da war einer. Da war einer. 3 zu 7, mein bestes Game ever. What, what, what? Wann jetzt los? Oh, wow. Mann, was ist denn hier für eine Scheiße? Wieso... Wie reagiert die Maus manchmal doll an, manchmal nicht? Und manchmal gar nicht. Ja, der hat ja direkt noch nicht gezielt, ich bestelle es noch wieder an. Mal mit Tiermiedeln. Äh, ich glüppelte ja wohl nicht hier. Alles nur seine Schuld, ey. Du sollst auf einmal meine. Meint einmal nicht. Oh, Trickshot! Das war der Geist-Trickshot ever. Ja, ich hab mich auf den Boden gelegt und gestorben. Mehr Heinz, schnelle Häuser. Ach, du Kocki! Such mal, nee. Oh, da, der war nett. Käppig mit der hier. Das gibt's aufs Maul. Ja, der hat nämlich mit einer Blankrenner, der hier hier, ich glaube, der wohl nicht. Ach so. Ja, ich hab' einfach hatten. Oh, yeah. Barett. mit Agok. Mit AC-OC-Vizier. Sterb, du Hurensohn! Wo bist du? Ich zieh dich nicht mehr. Oh, nee, für den. Ich hab's gewusst. Dieser Schniedel, ey. Wow, ne Claymore-Party hier. Hey, wo sind die denn? Ach, du Kocki, ich geh' nicht raus. Ja. Ich geh' weg. Oh, Ducky, ich sterbe. Ist mir aber scheißegal. Bäm. Coo- Nein! Oh Gott, oh Gott. Der Schniedel mir den Kegel klaut, der, dieser Schniedel. Achtung, schweißelige Vorräte. Yeah. Is' klar, spawnt man, ne, doch nicht. Das spawnt, ey. Wo leben wir denn hier? Für dir einfach spawnen. Das spawnt. Ach, Mann, nur. Beutreffer. Oh, kein Mann. Dreie Zuag, darf man cooled. Da muss man auch seien. Weg 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 Outidab Jo Komm ruhig rein ich warte St Tod Loll Ja klar Ich wette mich gerade mit einer Geburt von hinten her Nein Der Basti ist so ein kleiner Wichser mit seiner Scheiße G18 Kann er sich in sein kleines Arm und Schloch stecken Diese Schwuchte Ist klar Bäm jetzt habe ich einen Arbeiter Ja ich habe Spotspott getrohen Nein Oh der war so ein geiler Nosekope Auf 300 Meter hier 300 Meter Links ab hier So Achso los Aha Aus der Hüfte Was war denn das hier alter Ach du Kacki die Oh Oh Alter ist gerade einer gestorben Gegend an mein Herz Oh Oh Mami Achso 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 Boah was mir für die Kegel klappt Ich Achso 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 10 zu 15 naja 1327 Spielbonus uja ist ja verrückt ne du schaust weißt du jetzt halt bei Abschlusskampf das stimmt nicht so Leute zwei schöne Parts äh ja Spieldings ihr wisst was ich mein ich würd's einfach verabschieden und zumal sag tschüss oder tschüss